moin leute jetzt willkommen zu einer neuen folge mechwarrior 5 clans wir spielen noch mal die boxed in nach auch da gab es leider das problem mit dem mikrofon aufgeht ishikage coastline turtle bay kondor 828 approaching designated landing zone eyes on active combat in the lz repeat the lz is hot acknowledge 828 you're cleared for an active combat drop repeat clear for drop kobold weapon safety override approved you're being deployed in the hot zone no dipping our toes in the water on this one kobold auf geht's direkt in der kampfzone oh Oh, feiler. Gucken wir hier das ganz... Boah, ein kleines Zeug wegkriegen. Bleiben wir mal schön im Wasser. Können wir uns gut kühlen. So, weiter geht's. Volle Kraft voraus. Ein bisschen auf die Artillerie achten. Da war da nicht zu sehr reingerann. Reingerann? Auf die Artillerie auffassen? Da war da nicht zu sehr reinrennen. Meine Güter. Crusader! Au. Gut. Sehr gut. Oh. Ach Gott. Er sieht schon wieder aus. Black Knight. Boah, Headshot. Und nicht kaputt gegangen. Scheiße. Das war ein Headshot. Und mir geht gleich schon ein Arm flöten. Beide Arme sehen ganz schön kaputt aus. Archer. Ich muss mal eben kurz hier raus. Oh, ich muss mal eben kurz hier raus. Sehr gut. Ach, ich sehe so weit. Ich habe so noch eine SRM. Ach, ich sehe so weit. Ich habe so noch eine SRM. Und ich sehe so weit. Highlander, jo, geil. Ne, da nehme ich den Frit zurück, ganz ehrlich. Einmal kurz abkühlen. Sehr gut. Ich bin schon wieder viel zu weit vorne. Dafür sind meine Arme viel zu kaputt. Die würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Den haben wir nicht getroffen. Ich bin, ist nicht getroffen. New target. Bombers kommen. Find cover. ja wir sind auch lass dich mal eben hier raus bitte das war Es kommt. Es kommt. Na, das gefällt mir nicht. Incoming Missile muss ich jetzt hier nicht haben. Und jetzt. Focusing on your target. Huh? Target destroyed. New target. Down they go. Dann haben wir. Da hinten ist der nächste Target. Ich hab grad richtig gesehen, er ruft die schnellen Shadowhawk. Oh, zwei Targets. Da rennen wir nicht rein. Die Explosion muss ich nicht mitnehmen. Und ab in die Höhle. 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 Das ist scheiße. Target destroyed. Und ab in die Höhle. Und ab in die Höhle. Und ab in die Höhle. ich habe einen, der auf Feuerstatt zu bekommen. Neg, Topaz 1. Ich werde nicht die Anführungen nicht beantworten, während die Orbitalskannen aktiv sind. Warten wir mal auf unsere Freunde. Hellbringers, Warhawk, Warhawk. So, so. wir gehen mal ganz gemütlich weiter ich hätte jetzt echt Glück gehabt, dass wir beide Arme noch dran haben die sehen beide nicht gut aus wir gehen mal ganz gemütlich, wir lassen mal die anderen ein bisschen vorrennen wobei die Nova auch nicht mehr so gut aussieht zumindest noch Amor an den Armen Kontakts above Scanners können nicht ID them, aber ich denke, dass sie die 14-jährigen sind und wenn sie noch hier sind, dann der Ryugawa kann nicht weit sein ich stehe super so ich hab mit geholfen ist der hinter dem? sieht so aus ja 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 schleppt euch den mal eben bitte wir wollen uns mal eben stellen ein bisschen Munition zurück für unsere Freunde ja 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 ich weiß du hast wieder du hast wieder du hast wieder du hast Oh, es geht doch! Nein, das war ja. Dann ist das wieder alleine vor, denn Ah, warten wir mal kurz. Wie wir gerade schon gesagt haben, in extra Explosionen müssen wir nicht reinrennen. Wo gehst du lang? Wo gehst du da lang? Wo geh ich da lang? Ah, Scheißdreck. Da geht sie in die ERP-PC. Ja. 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 Wo stehst du denn? Das war die zweite ERP-PC. Schade? Ja gut, dann gehen wir mit dem halben Weg weiter. Ja. Scheiße. Ja. 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 Ah, denos. Autsch, 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 Autsch! Oh, Scheiße. Mein Korps ist nicht gut. Ich muss mich mal eben ein bisschen aus dem Kampf zurückziehen, Leute. Auf dem Schwerpunkt der Star Commander. All die Fronten sind neutralisiert. Dann lass uns gehen. Ich bin so dumm von diesem Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist auf ein Signal. Looks like it could be a cached data packet. Not sure how useful it would be now that we've wiped them out though. Galaxy Commander would not want us to leave anything on the table. Need to scan it and confirm. Ah, that was the wrong button. So. Oh, oi 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 oi. Okay, der Herrbringer sieht nicht allzu gut aus. Aber? Überlegt! Ui 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 ui. das war's für diesmal ich wünsche dir einen schönen tag bis zum nächsten mal